Ja, super. Weg, nicht hängenbleiben. Gags. Weißt schon, wir beide haben Kinder. Irgendwann muss das ja dazu kommen. Nach dem, was wir alles so für Sachen schon getrieben haben. Tja, wir konnten uns halt nicht zurückhalten machen. Jetzt haben wir den Salat. Aber ich meine, die Kinder. Ja, aber... Wow. Mich einmal haut, der ist so krass. Ich kann auch keine Granate mehr werfen, gell? Aber schau mal, wenn ich... Haut der auch. Also muss ich jedes Mal hauen, weglaufen, hauen, weglaufen? Oder gibt es die Möglichkeit, das zu verhindern, dass er mich auch haut? Frag den Gegner, rede nicht sowas von unseren Kleinen. Entschuldigung. Entschuldigung. Das habe ich... Sowas wird nicht wieder vorkommen. Gags also bitte, wie du uns vernachlässigst. Vielleicht kann ich links herumlaufen und bin ausweichen. Nein, kann ich nicht. Lauf nicht, nicht, nicht jetzt ständig, jetzt sterbe, ist krass. Boah, lauf, lauf, lauf. Lad auf, lad auf. Einmal konnte ich ausweichen, als ich ausgewichen bin. Na ja, links, rechts bin ich ja geslidet. Gags, das sind Elite-Gegner. Ist mir egal. Also Gags, wir... Gags war 17, als es... Ach, na ja, Nina, das ist auch nicht wirklich netter Text. Also 5 und so. Das sind Elite-Gegner. Egal, Falke. Deswegen sage ich an ihn, also... Eher kein Kommentar dazu. Ich möchte mich nicht in die Scheiße reiten hier im Stream. Ja, und der nächste ist jetzt noch krasser, oder? Der nächste ist noch krasser jetzt hier. Schauen wir mal, der dritte Prinz, was der so drauf hat. Der kann bestimmt Tiger und Tiger Uppercut. Sag mal, was machst du mit Nahkampfwaffe? Ich hab, ich hab nur die... Mensch, du steckert deine Frage. Ich muss nochmal lesen. Da ist der andere. Sag mal, was machst... Was machst du... Oh, fuck. Nein, tot! Oh, scheiße. Einmal... Zu viel in den Chat geschaut. Was? Sag mal, was machst du mit Nahkampfwaffe? Muss jetzt alles nochmal machen. Oh, nee. Ich hasse sowas. Dann nimm doch die scheiß Waffe doch. Was ist deine Waffe auf dem Rücken? So, WB Capri. Schön, dass du wieder da bist. Ich weiß... Nachher in die Eier. Wow. Danke. Sehr, sehr, sehr nett. Sehr, sehr nett. Ich geh mal kurz AFK aufs Klo und dann mach ich weiter. Nur 2-2-3-6. Natürlich gibt's keine Pause. Immer wieder Restart, Restart. Ja, ja, ist egal. Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! 24-8 Kindern動画 Was solltest du doch nicht? Nicht verraten, Nina, dass ich draufstehe. Aber gut, das wissen die meisten hier im Stream. Kann ich auch, Falke, während der Mission auch eine andere Waffe nehmen? Das ist das Schwert hier. Was ist deine Waffe auf dem Rücken? Das Schwert, was ich hier nehme. Gut, dass es einfach weitergeht ohne mich. Und jetzt ist es kein Schwert mehr nehmen, oder was? Kann ich jetzt die Mission nicht so mal machen, wie sie vorgesehen ist, oder? Ich check halt gar nichts mehr, Leute. Wo bin ich jetzt einig? Ich dachte, ich soll Schwert nehmen und die da killen, oder bin ich noch gar nicht so weit? Hat er noch mehr zurückgespult. Ich muss ehrlich sagen, es ist wirklich Bock, das noch mal zu machen, habe ich jetzt nicht. Schaut aus wie eine Flinte. Das... Ne, ich lasse mir lieber wehtun. Der Gechsel. Man kann jetzt schon das Level beenden, mein Süßer. Jetzt haben sie die wieder gepudert. Ja, naja. Muss ich jetzt... Ja, aber ich kann jetzt das Schwert gar nicht nehmen, oder habe ich schon? Warte mal. Taste, wechseln, da. Ne. Es ging doch jetzt aber mit dem Schwert hinzukillen, aber ich habe jetzt das Schwert nicht. Da bin ich noch nicht noch eine Sequenz hinterher. Boah, das war's eh was. Das ist das, was keiner. Das ist sicher wieder was von den Japanern. Das ist ein... Ein Geschiss ist das hier. Ich konnte hier aber gerade... Jetzt geht's. Jetzt geht's. Relikte... Relikte rausholen hier. Schon allein wegen der Sicht ist das Skoyle hier. Nur wegen der Sicht hier, Third Person. Super Sprite, kann ich aber nicht nutzen. Danke, dass du mir das sagst. So Sturmangriff wäre doch jetzt geil hier einfach so. Gechsel, geh mal Orbit. Wieso soll ich denn jetzt Orbit gehen? Ich muss doch die Mission fertig machen, oder nicht? Seit wann ist der Chat zu einem tollen Chat mutiert? Gags, darf ich mal eine coole dumme Erfindung posten, Link. Ne, kann ich da gar keine Erlaubnis geben. Hab keine Hand frei. Bin vollkommen hier beschäftigt mit meinen Händen. Um uns herum geht das Leben in mir bewegen. Die Schwankflinzen wollen zum Schwert. Ich hab das Schwert. Ich bin... Ich bin Masters of the Universe. Das mit dem Grayskill hat nicht geklappt bei mir richtig. Ich kann doch das Schwert wieder fallen lassen. Geil. Na, wo ist er jetzt? Komm, ich hab nur zwei... Nee, oder? Jetzt hab ich meinen Ultimate verpasst. Lol. Ah, okay. Man kann auch das Schwert wieder ablegen. Alles klar. Ist vielleicht einfacher, oder? Mit der Waffe ist doch einfacher. Wow. Scheiße. Diese ganzen hier anpissen. Diese Typen hier. Ja, zu zweit ist es einfacher. Also, wenn du einmal stirbst, andere kann sich wiederbeleben. Ist schon geil, aber... Na ja, egal. Jetzt schauen wir mal. Jetzt probier ich das nochmal. Also, wirklich Bock hab ich zwar jetzt nicht drauf, aber gut. Hier nochmal das Scheißschwert holen. Ich wüsste schauen, dass ich die... ...die Ultimate-Fähigkeit zu verprasselt hab. Capri. Was ist denn, Gangsel? Wow, shit, shit. Moment. Ja, ist so gut. Es ist doch super bereit. Wieso macht das nicht? Ey, Steuerung aus der Hölle, Leute. Ohne Witz. Steuerung aus der Hölle. Mach super. Ich hab doch... Der Stand doch bereit, oder nicht? Hä? Fuck. Fuck, Leute. Das Nerven mit der Steuerung hier. Ja, lol. Dann das gedrückt halten, um zu rennen. Ja. Filtriere mich halt auch noch. Zu zweit steigert. Das scheiße gab. Das ist natürlich... Das gab ziemlich schwieriger. Erst wenn du einmal stirbst und der andere kann dich wiederbeleben. Es ist viel einfacher, als wenn du einmal stirbst und wenn du komplett alles nochmal anfangen musst. Also ich find das viel gemütlicher mit der Waffe. Das ist ein blöder Schwerter. Das sieht nur ein scheiß Schwert eigentlich. Nur ich brauche halt Schüsse. Also Waffen effektiver als Pimmelschwerter. Also meiner Meinung nach. Die Sniper gar ein paar mal drauf halten und gut ist es hier. Da steht keine Munition auf dem Bildschirm, Gangs. Doch, links. Da steht keine Munition auf dem Bildschirm, Gangs. Willkommen. Die Steuerung ist gut. Ne, kann's vergessen. Oder muss mich halt dran gewöhnen, mehrere Jahre. Man kann sich... Man kann sich an Menschen... Als Mensch an jede Scheiße gewöhnen. Nein, weg, weg. Komm, komm, beweg dich bitte, bitte. Lauf, lauuf. Da hat diese Scheiße Energie da wieder auf. Gibt's keinen Rückspiegel hier. Zu schauen, was hinter einem vorgeht. Pff. Als du dich aufgeregt hast, stand das da. Gags. Ah, okay. Meinst du, keine Muni mehr, okay. So ist jetzt die Musik aus. Wo ist der Prinz? Ja, die bringt nicht wirklich viel. Da kommt da immer, immer, immer Gerand, Falke. Finde ich. Mit der Sniper zu dem Kopf trifft, dann ist er schwankt er kurz. Okay, super, Spreit. Wo ist er denn, der Scheiß-Prinz? Oh, was ist er ja bitte. Woh-haha! Okay. Erstmal muss ich mich beruhigen hier. Alter. Nachladen. Nachladen. Auf geht's. Also da muss ich sagen, da war Sims schon gemütlicher zu spielen. Da ist viel mehr Action gewesen auf eine andere Art und Weise.